Hallo, 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 ich heiße Karla, ich bin 15 Jahre alt und ich wohne in Ico de los Binos und das ist mein Alltag. Ich stehe morgens um 7 Uhr auf, oft bin ich schon müh, dann wasse ich mich, um halb 7 frühstücke ich Brot mit Mechmerade, um 8 Uhr gehe ich zur Schule, ich bin in der Schule vor 8 bis 12 Uhr, vor 11, vor halb 11 haben wir Pause, da spüren wir und essen. Um 20 Uhr nach 3 komme ich nach Hause zurück, ich esse mit meinen Eltern um halb 2 Uhr, es bitte mache ich die Hausaufgaben wegen Musikhallen, dann lächne ich ein bisschen und lebe. An Montag und Mittwoch gehe ich zum Deutschunterricht mit meiner lieben lehrerin Jordi. Ich lebe dich! Am Donnerstag gehe ich ins Fitnessstudio. Ich gehe auch mit meinen Freuden, wenn habe ich Zeit. Dann sehe ich meine lieben Säge ins Computer. Ich dusse immer abends und um halb 9 esse ich zu abends. Um 12 Uhr ich ins Bett und ich schlafe. Tschüss, vielen Dank!